Hallo Gaming-Begeisterter und herzlich willkommen zu Watch Dogs. Ich bin Tiberius und ich zeige euch heute 15 Minuten der ersten Eindrücke dieses Spiels. Also, meiner ersten Eindrücke dieses Spiels. Und bevor ich irgendwie groß drum rum laber, fangen wir einfach mal gleich an. Uh, das Logo. Das Logo sagt irgendwie WV, dabei heißt es doch VW, oder? Die Marke heißt doch VW. Ah, ist egal. Loading Screens. Finde ich geil. Hack civilians to find the system key crafting component. Ah, ja, okay, das werden wir wahrscheinlich im Spiel feststellen, was das überhaupt bedeutet. Der Hauptbildschirm hat mir irgendwie überhaupt nicht gefallen. Da waren lauter so komische Effekte im Hintergrund. Da hat man gedacht, das Spiel kackt ab. Aber eigentlich doch irgendwie nicht. Das ist so gewollt. Warum auch immer. Mei, diese Ladezeiten. Ich weiß, mein PC ist nicht der Besondere, aber trotzdem. What the fuck. Haben wir es dann? Ladezeiten? Hallo? Nein? Okay. Hm. Ah. Okay. I'm going to log you for life. Ah, das war's my hand. Okay. Hey, look at that. Secret team lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky and it's mine. It's ours. Stay focused. We got a nasty security system. How much we got? A hundred grand in 30 seconds. God bless the bitching thing. Jemand ist in der Matrix? Jemand hat das Alarm gebeten. Wir finden es. Oh, shit. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Ich stehe jetzt. Ich stehe jetzt nicht. Keine Ahnung. Was ist das? Wir müssen abortieren. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Damien, es ist vorbei. Ich habe dich verletzt. Oh, da lief was schief. Okay. Und da haben wir wieder Abstergo Interfaces. Wer ist Maurice? Ja? Ja? Du bist auf. Ein unserer Kontraktikerin war in der Suche für die Hackern in der Merlot-Job. Du hast Aiden Peirce. Geh ihn weg. Hit die Familie, wenn du musst. Dieser Mann hat die Hacking-Dage. Hit die Familie? Nicht ein Problem? Nein. Muske, ich bin gut. Du wirst nie wieder hören von ihm. Oh, okay. Das ist böse. Diese Fehler im Bild einfach. Da legt man die ganze Zeit, da kackt irgendwie der Stream ab oder irgendwie so ein Video oder sonst was. Aber nein, das ist gewollt. Von Ubisoft Montreal. Nein. Es sagt bloß, die Familie ist drauf gegangen. Was für ein Modul. Hallo Stadt. Wachende. Yay. Okay, also was hier nach Frame-Einbrüchen aussieht, sind eigentlich gar keine. Ich habe hier konstant 30 FPS, nur das Spiel mag irgendwie nicht so wirklich. Oh, der weiß wohl nicht, wer es gemacht hat. Nein. Ich bin gut. Ich bin gut. Ich werde nie von ihm hören. Hm. Der Kerl. Stimmt, das ist Maurice. Oh. Oh. Hm. ... Oh. Ah. Das ist mal, Herr. Ich habe nicht gesehen über die Hüte not marché. Das sollte passieren. Ich will, dass du sehr vorsichtig denken. Es ist. Schauen. Wenn ich nichts kontrollieren kann. Oh, Pistole raus. Zielen. Sag mir wo. Oh, ich kann nicht... Ich kann wirklich nur auf ihn schießen? Was, wieso sollte ich auf... Ah, okay. Hm. Zumindest kann er sich hier erinnern, wie man... Äh, einen Baseballschläger hundert. Okay. Und er auch. Woher hat er den Schlagstock auf einmal her? Ah. Wie eine Polizeiwache. Und schiebt sich in die Hosentasche. Äh, die Jackentasche. Die Jack sieht aus wie das Symbol. Oh, ich kann nicht mit dir sprechen. Oh, Telefon. Kuh. Okay. Kuh halten. Oh, das ist cool. Nächte. Okay. Was muss ich tun? Ich muss weiter gehen. Komplett verwirrt. Vor allem, weil er sich irgendwie ziemlich floaty bewegt, der Kerl hier. Kannst du mal die Waffe wegstecken? Das macht mich irgendwie nervös. Oh, chemische Komponenten. Oh, und da ist... Cool, hacken. System-Key. Crafting-Komponent for one time. Hacks. Gib mir. Gib mir. Ach, was solls. Oh, Pop-Machine. Wieso läufst du so komisch? Okay, also, ähm... Wer zum Geier vernetzt ne Getränkemaschine? Jetzt mal ganz ehrlich, wer zum Geier vernetzt die Dinger? Das macht doch kein Schwein. Oh, Medikamente. Hm? Hier raus? Nein? Ja, doch, hier raus. Da muss ich hin, zu der Pistole. Oh, Maurice! Oh, was schweigst du, Motherfucker? Shit! Woher hast du dich denn? Was? Er spricht mit mir. Oh! Ich werde dich für zwei Minuten verlassen. Gib mir meine Böse. Ich verbring sie. Ich verbring sie. Ich verbring sie. Ich habe gesagt, du hättest, sie zu halten, George. Aha. Was ein Geier. Woher hast du denn eigentlich? Ich... hatte einen Begriff. Und du bekommst, was du von Maurice brauchst? Ich bin nicht verbring mich. Das ist geschehen, das ist verbringend. Stopp dich, dein Arbeit. Hey, das ist lustig und alles, aber ich bin verbringend, Piers. Ich meine, du hast nicht verbringst, dass du die schrecklichen Inter-Gang-Armine hier hast. Ich mag nicht, wer die Sends ist. Ich werde ihn weg. Nein, es ist zu früh. Mittwoch der 8. Chicago ist vor. Game ist fast vorbei. Oh, nicht schlecht. Oh, okay. Oh, okay. Der ist gut. Ich bin ein bisschen interessiert in meine Telefonnummern. Okay, gut, erzähl mir über deine Telefonnummern. Ich bin froh, dass du gefragt hast. Okay, wir haben ein paar Menschen sterben, nicht wahr? Wir haben 40.000 Menschen vor uns. Wir brauchen eine Verstärkung. Ich habe den Kampen. Ich habe den Kampen. Wie, was? Oh, ja. Wahrheit. Also, die Kampen kamen, und Maurice' kleine Band von Brüdern kamen. Pau, 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 pau. Geordi, erzähl mir, du wachst. Nein, nein. Ich habe den auch. Schau, wir haben eine riesige Alterung am Ende des Spiels. Du und ich schlafen unprotektiv. Sie werden den Plan morgen hervorheben. Hm. Okay. Also, er ist so eine Art Cleaner, oder wie? Ja. Los, tu die Arbeit. Ach, ja. Ich habe keine Ahnung, ob er dick heißt, aber möglich. Ah, ja, ähm. Keine Ahnung. Donna? Ähm, nö. Nein, das ist vielleicht keine gute Idee. Press C, take cover. To take cover. Exit, cover. Uh, Coversystem. Ein gutes Coversystem. Endlich, äh, DSX. Das gefällt mir. Lauf. Lauf. Lauf, dick Piers. Willkommen, wir haben zwei Körper in der Basis des Mayes Stadium. Gangbanger! Copy, wir senden Forensik. Sicher deine Position für heute. Wir schieben alle Level im Stadium. Bye, Bitches. Okay. Das sieht nicht gut aus. Warum töten sie dich? Oh, hier ist keiner. Hold and press to climb. Oh, das ist wie in Assassin's Creed. Oh, das ist wie in Assassin's Creed. Profiler. Was ist ein Profiler? Wow, wow, wow. Shit. Aha, okay. Dann hacken wir mal das Ding. Wie? Oh, ich bin pixelated. Aber ich habe das noch alle Klamotten an. Was, wie? Hm, ja, obwohl das... Doch, ja, doch, ich habe alle Klamotten an. Definitiv. Facial recognition failed. Stell dir vor. Okay. Hm? Macht der irgendwas während ich da... Nein. Okay, schade. Und was soll ich jetzt hier machen? Das da einschalten, oder wie? Oh, da ist noch einer. Okay. Und was hat mir jetzt das gebracht? Ich weiß jetzt zumindest, wie es hier drin aussieht. Hm. Hm, 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 hm. Da ist noch eine Kamera. Fangen wir mal zu dir. Da ist einer. Adam Hill. H-30. Occupation Police Lieutenant. Income. Was? Wie viel kriegt der pro Monat? 77.200. Alter. Auch wenn es Dollar sind, das ist nicht schlecht. Äh, da ist noch eine Kamera. Nein, die Kamera. Wer war da? Äh, der hat nur 50.000. Und der da hat 47.000. Haha, Schwarze kriegen weniger. Ach, nee, war der jetzt auch schwarz, gell? Ja, der ist auch schwarz. Schau. Ah, bringt mir hier so einen rassistischen Witz an und dann funktioniert der nicht mal. Okay. Ich glaube, das klang gerade irgendwie komplett falsch. Ähm, vergesst, was ich gesagt habe, okay? Gut. Oh, da liegt was auf dem Tisch. Es blinkt. Nein, ich habe den nicht zugehört. Tut mir leid. Elektronische Teile. Das hat der überhaupt nicht gesehen. Und ich kann meine Maus nicht bewegen. Okay. Oh, das Waffenrad aus Assassin's Creed. Lure. Wofür brauche ich jetzt einen Köder? Craft. Okay. Wofür brauche ich das jetzt? Äh, hold you. Prepare for. Ah, okay. Ah, ein Granatenwurf. Okay. Kapiert. Ähm. A designated area. Welche? Die da. Da hin zielen. Bye, Bitch. Okay. Bis jetzt macht es eigentlich schon ziemlich Spaß. Da willst du hin. Komm schon. Ähm. Was ist denn? Nicht. Ah, okay. Demarco Joseph. Business Manager for Quinn. Und das Ding ist in der Weg. Use Profiler Detect. Profiler. Profiler. Profiler? Dreck Profiler. Ah. Bullshit. Okay. Hey, was hast du getan? Okay. Hey, yo, Didi. Calm down, okay? Don't get from nothing they can use. Something tells me, if we run you shit stains through the system, we'll come up with plenty we can use. I need to see ID. Na, seid doch nicht so unhöflich zu den Leuten, die bezahlen eure Gehälter. Oder so. Hey, hey, y'all filmen das? I want to see this motherfucker online. Fine. Ich filme das. Gerade in diesem Moment. Das wird auch online stehen. Also, auf YouTube. Könnt ihr euch gerne angucken. Unter Watch, irgendeine Zahlen, Zeichenfolge. Oder einfach unter User slash BlackLaseredGaming. Badam. Okay, was soll ich hier machen? Da raus. No shit. Okay, und jetzt? Ach, ich bin im Stadion drin, stimmt. Genau. Irgendwas war hier. Buh. Bullen. Das Bad Boy 17. Das Bad Boy 17. Wexler. Now I need to get out of the stadium. Can you find me at the nearest access point? In the next room. Or you'll need to find someone with security... Ahh... Securityatchjinheb-axis. All these cops, there's gotta be my round. These cops don't get around. proc事情 bekommen bufla. das ist cool hat er das okay also er hat schon mal irgendwas gemacht ja der da was haben wir das der die richtige wache also er hat die richtige wache mein gehirn sagte mir scheiße sieft mädel keine ahnung weil du irgendwie mehr gehalt bekommst als der karl tatsächlich der bekommt mir egal ich finde das geil nur hier steht der namen das geburtsdatum oder besser gesagt das alte nicht dabei okay um kann man was kann man und da rein nein was wie da kann man was hacken holt und open door 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 lockstil to cross blackout und jetzt Ah, G, okay. Cooool. Oh. Okay. Ah, sie können mich dadurch nicht sehen. Das ist cool. Nicht auf mich schießen. Ihr seht mich nicht. Ich könnte mich nicht sehen. Shift to run, hold space to free run. Ah, also wie in Assassin's Creed. Oh, convenient. Gut. Gut. Und da ist der Ausgang. Und das verwenden wir jetzt einfach mal als Übergang in... Das war's, Leute. Ähm, damit habt ihr 15 Minuten das Spielchen gesehen hier und die labern währenddessen einfach weiter. Die interessiert's überhaupt nicht, ob ich hier ein Outro mache oder sonst irgendwas. Ihr seid richtig unhöflich. Besonders du, Geordie Chin. Auch wenn du ein cooler Cleaner bist, du bist unhöflich. Du redest mir rein. Brav. So, also. Der da ist Aiden alias Dick Pierce. Oder Geordie Chin. Und das ist der Exit-Ausgang. Dingens. Der Exit-Ausgang. Ah, mein Deutsch. Ähm, auf jeden Fall. Das war's. Wenn's euch gefallen hat, liked es. Gebt mir einen Kommentar runter. Wird gern hören, was ihr davon denkt hier. Wenn ihr 5 Likes mindestens auf das Video herbringt, dann werde ich ein bisschen mehr von dem ganzen Spielen und das auch als Video hochladen. Nur um zu gucken, ob ihr tatsächlich interessiert seid. Wenn nicht, dann spreche ich mir die Arbeit. Und ansonsten abonniert uns, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. User BlackLazardGaming. Klar, ne? Und das war's dann. Von der Watch Dogs. DodgeWalks. Ciao. Ciao.